Hallo liebe Kinder. Normalerweise sehen wir uns in der Grundschule, in der dritten und in der vierten Klasse. Weil das aber derzeit nicht möglich ist, melde ich mich von zu Hause aus meinem Wohnzimmer. Wir wollen von hier ein wenig Rallye-Unterricht halten. Heute will ich dir erklären, was es mit diesem Zweig an diesem Strauch auf sich hat. Doch bevor wir damit anfangen, singen wir miteinander. Ho, 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 si, ya, na, ha, ha, halleluja. Mach einfach mit und auch die Bewegungen. Ho, 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 si, ya, na, ha, ha, halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr und schneller. Ho, 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 si, ya, na, ha, ha, halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. Ja, jetzt sind wir fit und munter. Und jetzt schau mal auf diesen grünen Zweig. Da ist schon etwas aufgebrochen. Neues Leben zeigt sich. Wenn du nach draußen schaust an die Bäume, kannst du wahrscheinlich ähnliches feststellen. Da bricht schon etwas auf. An Ostern bricht auch etwas auf, nämlich das neue Leben. Jesus steht von den Toten auf. Das will uns dieser grünen Zweig sagen. So viel einmal für heute. Im nächsten Video erkläre ich dir wieder ein Symbol. Jetzt singen wir noch mal wieder einander. Ho, 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 si, ya, na. Ho, 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 si, ya, na, ha, ha, halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. So viel für heute Kinder. Schöne Grüße auch an deine Eltern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt machen wir von leise auf laut mit langsam und schnell. Und jetzt machen wir von leise auf laut mit langsam und schnell. Ho, 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 si, ya, na, ha, 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 halleluja. Hier stehe ich, denn Gott liebt mich sehr. So viel für heute Kinder. Schöne Grüße auch an deine Eltern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.